Mit SmartLift können schwere Glasscheiben und andere Materialien sicher und flexibel gehoben werden. Hier schneidet John eine Glasscheibe auf einer Maschine N2. Vor dem Transport schwenkt er das Joch zur Seite, um das Objekt sicher durch enge Flure transportieren zu können. Nun kann die Scheibe horizontal auf der Schneidmaschine platziert werden und dann die Vakuumfunktion deaktivieren. Für eine höhere horizontale Reichweite können Sie den Winkel des Arms manuell einstellen. Nun hebt John die Glasscheibe an und rotiert sie in eine vertikale Position, indem er die Schlaufe am Joch zieht. Glasscheiben sicher stapeln und sich der nächsten Aufgabe widmen. Richtig heben mit SmartLift. Optimieren Sie Ihren Arbeitsfluss. Beliebige Objekte mit glatter Oberfläche flexibel heben. Äußerst manövrierfähige Lifte. Mit vielerlei Zubehör. Lassen Sie uns doch einmal über Ihr nächstes Projekt sprechen und klären, welche Lösung Sie benötigen. SmartLift – die sichere Wahl.